Musik Auch der Kreis Heinsberg setzt ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und für eine vielfältige Gesellschaft, die niemanden ausschließt. Zeigen, dass wir da sind, dass wir laut sind, dass wir viele sind. Ich tue das für meine Enkel. Weil ich Angst habe davor, dass sich Nazis wieder breit machen. Gegen den Faschismus, gegen die Pläne von AfD und Konsorten. Aber wir sind jetzt nicht mehr still, wir sind laut. Stimmen, Meinungen und Eindrücke der Kundgebung gegen Rechts ab dem 7. Februar hier auf myregio.tv